Hi Leute, ich bin Nico und heute reden wir über wichtige Ausdrücke und Redewendungen in Verbindung mit Zeit. Los geht's! Zeit verbringen Im Urlaub haben wir ganz viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben zusammen ganz viel unternommen. Ich verbringe gern Zeit mit dir. Oder man sagt, es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Zeit verschwenden Niemand verschwendet gerne seine Zeit. Ich habe für diese Aufgabe sehr viel Zeit verschwendet. Ich hätte mit dieser Aufgabe viel früher fertig sein müssen. Viel Zeit haben Das Gegenteil wäre Er hat nur wenig Zeit für mich, weil er oft beruflich unterwegs ist. Rechtzeitig Ein anderes Wort wäre pünktlich. Ich muss den Vertrag rechtzeitig kündigen, damit er sich nicht verlängert. Zur Zeit Man kann auch sagen Momentan oder derzeit. Zur Zeit habe ich keinen Job. Ich habe mich deshalb arbeitslos gemeldet und habe morgen einen Termin in der Arbeitsagentur. Von Zeit zu Zeit Von Zeit zu Zeit Das bedeutet manchmal oder ab und zu Von Zeit zu Zeit esse ich gerne Indisch. Jederzeit Ich komme dich jederzeit gerne wieder besuchen. Und du kannst natürlich auch gerne jederzeit zu uns kommen. Es ist egal, wann du kommst. Du kannst immer vorbeikommen. Die ganze Zeit Er hat die ganze Zeit geredet. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Oder man kann auch sagen Er hat ununterbrochen geredet. Lange Zeit Er war lange Zeit krank und lag im Krankenhaus. Jetzt geht es ihm wieder besser und er ist seit einer Woche wieder zu Hause. Frühzeitig Ein Synonym wäre rechtzeitig. Wir sollten den Urlaub frühzeitig buchen. Wenn wir den Urlaub kurz vorher buchen, könnte es teurer werden. Im Laufe der Zeit hat sie das Interesse am Kampfsport verloren. Nun geht sie regelmäßig zum Yoga in einem Fitnessstudio in der Nähe. Das heißt, sie hat also nicht plötzlich das Interesse verloren, sondern es hat eine Zeit lang gedauert. Golfspielen ist sehr zeitraubend, obwohl es mir unheimlich viel Spaß macht. Da ich nun aber drei Kinder habe, bleibt mir kaum noch Zeit dafür. Zeitaufwendig Ein Synonym ist zeitraubend. Eine neue Sprache zu lernen ist zum Beispiel sehr zeitaufwendig. Man muss über Stunden neue Vokabeln und Grammatik lernen und im Idealfall Zeit in dem Land verbringen, in dem die Sprache gesprochen wird. Kurzzeitig Also eine kurze Zeit Ich hatte kurzzeitig eine Freundin in den USA. Durch die Distanz hat die Beziehung auf Dauer allerdings nicht gehalten. Im Moment Oder anders gesagt Momentan Zur Zeit Oder im Augenblick Im Moment arbeite ich Teilzeit, weil ich eine kleine Tochter habe. Man kann Vollzeit arbeiten, also etwa 40 Stunden die Woche, oder Teilzeit. Kathrin arbeitet Teilzeit, weil sie nachmittags für ihre Kinder da sein möchte. Nach ihrer Elternzeit möchte sie wieder Vollzeit arbeiten. Zeit brauchen Wir alle denken, dass wir wenig Zeit hätten und mehr Zeit bräuchten. Ich brauche nach meiner Krankheit etwas Zeit, um mich auf der Arbeit wieder zurechtzufinden. Sich Zeit lassen Dieser Ausdruck wird reflexiv benutzt. Er lässt sich beim Baden viel Zeit und entspannt sich. Er wünschte, er könnte die Zeit zurückdrehen, um wieder jung zu sein. In Zeitnot sein Man hat keine Zeit und muss sich beeilen. Sie ist in Zeitnot, weil sie am Abend noch ganz viel vorhat. Sie muss sich beeilen. Man muss ein gutes Zeitmanagement haben und sich seine Zeit gut einteilen. Wenn ich im Flugzeug einen Film gucke, vergeht die Zeit wie im Flug. Es ist höchste Zeit, den Job zu wechseln. So, jetzt kennt ihr ganz viele Ausdrücke und Redewendungen in Verbindung mit Zeit. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.